Wenn hier jetzt Medusen kommen... Oh, die stehen da ja wieder, die Vasen. Die sind nicht gerade kaputt gemacht. Oh, ich hab ein Böses Gefühl. Was ist das denn? Yay, Reaper! Okay. Oh, shit. Hallo? Ich möchte gerade eher noch was tun. Bring's mich um meine Geduld. Wie der Penner-Dammer jetzt ist. Das ist aber jemand. Achterbar, ich hab die Schnuze voll von euch, ihr Piss-Gurken. Als Maul. So, und du kommst mir jetzt mal hier, du Arsch. Feine Güte! Alter Arschkrampe! Habe ich erwähnt, dass ich das hasse, wenn sie das tun? Was? Lass mich doch mal hier weg! Und jetzt sterb doch einfach. Danke. So. Auf den Rücken, auf den Schädel und in die Zorn der Götter deine Klingen treiben, Tathos. Zum Ende hin. Athena. Mein Gott. Oh, ist gar nicht mehr da durch. Oh. Kann ich hier noch irgendwas zum kaputt machen? Dem scheint nicht so. Egal, dann geh mal. Lalalala. Darunter. Ja, Stadt wird hier komplett zernichtet und kaputt gemacht. Kratos tut auch sein Werk dazu. Wie viele Seelen habe ich. Oh. Sieht immer nach so viel aus, aber ist es eigentlich so wenig. Ein Gogo-Naube. Yay. Los, Venki. Aris ist für die Stadt eingedrungen. Bann, komm. Ach, Jungs und Mädels. Ich werde euch von Aris befreien. Ich werde ihn töten. Äh, ich meine, ich werde ihn ganz liebstreicheln. So liebstreicheln, dass er nicht mehr davon her sich erholen wird. Oh, wenn ich da gleich rüberkomme, dann könnt ihr was erleben. Oh. Ich hasse diese Mistdinger. Und euch hasse ich auch. Oh, das ist auch. Hey, nicht noch einer. So. Ob war irgendwer hier Fragen? Ich hoffe nicht. Wo ist denn jetzt? Und eine Truhe. Herrlich, herrlich, herrlich. Oh. Das war ein paar rote Orbs. Ich glaube, bevor ich hier die Zehne habe, brauche ich hier gar nicht weiterzumachen. Da hinten ist auf jeden Fall ein Save-Point. Äh, da geht es, glaube ich, story-technisch weiter. Ich habe rote Orbs, ich habe rote Orbs. Ich glaube, die dritte Fähigkeit, die wir bekommen haben, war die Klingel, der Atem ist. Aber ich bin nicht weiter bei, das war ich auch, glaube ich. Ich glaube, ich war nur ein bisschen Tempel. Egal, wir speichern das mal ab und dann machen wir es mal das nächste Mal, weil ich brauche erstmal einen Beruhigungs-Tee oder sowas. So viel Gewalt wie hier ist, geht ja gar nicht. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Lesbian God of War. Der fabulöse Von da kam ich. Und ich weiß schon wieder nicht, wo ich hin muss. Also, praktisch wie. Ja, hier muss ich hin. Nein, so wollte ich das jetzt nicht. So, komm, geh hier hin. So, komm, geh hier hin. Los, komm her. Wie viele kommen denn hier noch? Rupf dich, du Vogel. Wir nehmen die Magie. Wir nehmen die Magie. Wir nehmen die Magie. So, komm her. So, wo muss ich hier hin? Komm her. Uh, ja, wo muss ich jetzt hin? So, schnell hier oben rauf Oh, da haben wir eine Truhe Natürlich eine Magietruhe Was denn auch sonst? Okay, hier gibt es sonst nichts Nichts Was haben wir hier? No, damit könnten wir wieder zurück Du, ich muss hier rüber Löse den Hebel und senke die Brücke Nein, nein, die kriegen mich nicht Ich lasse sie nicht rüber Diese Monster, sie werden mich zerreißen Feigling Ernsthaft? Okay, wie komme ich da jetzt Hinüber Nehmen wir halt den Weg Ich weiß nicht, warum der jetzt auf einmal da ist Aber naja Oder war der schon vorher da? Oh, ein Gorgonenauge Dann war der schon vorher da Und ich habe es noch nicht gecheckt Naja, unverhofft kommt oft Kratos Die da hinten gehen mir ganz gewaltig auf die Nüsse Das ist nur die Frage Wie komme ich da Himmel, Herrgott, nochmal Und ich bin tot Ach du Scheiße, jetzt fange ich auch noch ab hier wieder an Das heißt, das Gorgonenauge habe ich noch nicht Du, ich muss hier rüber Löse den Hebel und senke die Brücke Nein, nein, die kriegen mich nicht Ich lasse sie nicht rüber Feigling Diese Monster, sie werden mich zerreißen Echt mal, Feigling Das ist ein Feigling Das Schlimme ist, jetzt muss ich alles wieder neu einsammeln Das ist die wahre Tragödie Ja, Gorgonenauge Wie kann ich den davon überzogen Dass er das tut, was ich von ihm verlange Ja, darüber gehen ist keine gute Idee Vielleicht wenn ich hier nach unten gehe Ne Geht's auch nicht weiter Muss ich den Typen erst töten, oder was? Du, ich muss hier rüber Löse den Hebel und senke die Brücke Haben wir schon mal gehört Nein, nein, die kriegen mich nicht Ich lasse sie nicht rüber Diese Monster Sie werden mich zerreißen Ich zerreiß dich, wenn ich dich in die Wägen Du, ich muss hier rüber Löse den Hebel und senke die Brücke Kommt aber immer das gleiche Nein, nein, die kriegen mich nicht Ich lasse sie nicht rüber Die sind Monster Sie werden mich zerreißen Feigling Ja, wir müssen hier aufgedracken Ja, wir müssen hier aufgedracken